Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich habe ein neues Test-Smartphone bekommen und zwar von Nokia. Das brandneue Nokia 2.3. Ein günstiges Einsteiger-Smartphone, das man schon für 125 Euro bekommt. Und trotz dieser etwas niedrigen Wetterverhältnisse mache ich natürlich auch ein Test-Video für euch. Und zwar in der maximalen Video-Auflösung. Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde ist das hier beim Nokia. 2.3 und wie immer habe ich die internen Mikros hier genutzt. Ich nehme auch die Hauptkamera im Automatik. Und ja, ich teste natürlich das 2.3 und gerade ausführlich. Und falls ihr Interesse habt an dem Testbericht, schaut mal auf meinem Kanal. Da findet ihr einen komponenten Test zum Nokia 2.3. Das war's auch schon. Ich gehe mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.